In Bowser's Schloss gibt es vier Türen. Zwei haben wir beim letzten Mal gemacht. Heute machen wir auch mal zwei weitere. Apro 2. Gehen wir in die zwei rein. Ich habe zehn Versuche. Nein, ich habe neun Versuche. Oh Gott. Bitte, das kannst du mir nicht antun. Ich bin überhaupt nicht gut in sowas. Aber ich muss es versuchen. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Nur ist das abzustimmen sehr schwer für mich. Persönlich. Jetzt. Oh noch. Ja, das haben wir geschafft. Nein, ich versuche noch. Für was? Für das hier. Was mache ich mit dem hier? Was machen die Bob-Oms? Oh, was? Ich muss nach oben kommen. Komm ich denn da nach oben? Mit dem hier? Was zum... Was? Wie jetzt? Okay, ja, ich... Bob-Oms darf nicht in der Nähe sein, oder was? Ich versuche es nochmal. Nee. Ah. Geht mal weg. Ah. Was? Also ich kann die rollen. Das ist ja ärgerlich. Kann ich gegen die kämpfen? Ich könnte explodieren die sofort, oder? Folgen die mir? Ah, die folgen mir. Okay, die rennen mehr oder weniger in meine Richtung. Ja, tun sie. Tun sie. Wenn die mich schon sehen, dann rennen sie auch in meine Richtung. Okay, ich lock den mal kurz an. Jetzt will ich noch kurz den anlocken, bevor ich mit der Kugel renne. Ich weiß noch nicht, wohin ich rennen soll, ehrlich gesagt. Ja, kommt ruhig her, kommt ruhig her. Oh Gott, das ist alles inverted. Ich schau mal, das ist komplett inverted. Was soll ich denn machen? Da oben ist ein Block. Und hier auch. Hä? Wow, ich hab ihn nicht gesehen. Aber das beweist es dann auch wieder, dass ich das nicht darf. Okay. Oh Gott, das ist ein Raum, der gefällt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Der obere da hinten, wieder am speeden, ist ganz schrecklich. Okay, jetzt haben wir Zeit. Ich hab mich noch nicht erwischen lassen, während ich da drauf bin. Wir kommen zum Eingang. Hey, du da. Hey, du da. Hey, komm mal mit. Nein, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, komm mit. Nein, nein, komm mit, komm mit. Ja, komm. Ah, bist du noch? Hörst du da? Er chillt an der Ecke. Ja, ja, ja. Jetzt rüber, jetzt rüber. Jetzt schauen wir's. Das sind überall. Oh Gott, wie soll ich denn da rankommen? Hallo? Will ich da überhaupt rankommen? Ich hab das Gefühl, das ist der eine Raum, wo ich nicht machen will. Das große Problem meiner Meinung nach ist einfach, dass der Ball falschrum funktioniert mit der Steuerung. Das heißt, ich mich nach oben drücke, geht er nach unten. Das ist komplett alles inverted. Und ich finde ihn nicht mehr. Wo ist er? Ich hab ihn verloren. Ich kann eigentlich neu starten. Ich sehe ihn nicht mehr. Nee. Wurde ich überhaupt lang? Ich muss es da hochschaffen. Nee, komm. Also. Ich verliere auch immer wieder Geld, wie das aussieht. Före ich wirklich Geld? Muss ich mir da verachten. Ja, ich verliere wirklich 10 Münzen. Die Steuerung ist halt schrecklich, weil das invertet ist. Ich muss halt genau dann, wenn ich springe, drücke. Muttermacher. Oder das hat sich gelohnt. Und dann muss ich genau dann, wenn ich springe, die Richtungen wechseln. Also komplett in die entgegengesetzte Richtung. Sonst funktioniert es nicht. Okay, jetzt habe ich es besser raus. Oh, das hat sich gelohnt. 90 von 100. Ich meine, okay, die 100 kriegen jetzt nicht mehr. Habe ich ja schon mal erwähnt. Warum? Aber 90 ist schon mal eine sehr stronge Anzahl, wenn ihr mich fragt. Und hoch. Okay. Kann ich doch rüber? Nein, das habe ich nicht. Aber so... Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Oh, knapp. Okay. Candice Bonbon. Okay, das ist noch eine Kiste und ansonsten der Ausgang. Zumindest von diesem Raum. Ich habe das Gefühl, dann geht das weiter, die Schose. Okay, kommt mal her. Oder auch nicht. Macht doch, was ihr wollt. Mir doch egal. Den kann ich jetzt noch nicht steuern hier. Mit dem ich sie bin ich tot. Da habe ich keine... Oh, noch ein. Keine Steuerung zu. Oh, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Das war schrecklich. Ah, das Ding. Mist. Muss zurück. Komm mal rein, raus. Nein! Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Och man. Komm schon, Spiel. Ernsthaft? Muss das sein? Muss das wirklich sein? Also ich finde ja nicht, dass das sein muss, Spiel. Ich wollte nur resetten. Weil ich es nicht ganz getroffen habe. Jetzt! Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich missgelohnt. Ich bin kurz ruhig, Leute. Okay, okay, okay. Okay. Oh, das hat sich gelohnt. 93. Boah, bei 95 wäre ich komplett zufrieden. Nein! Aber hey, 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 hey. Oh, oh, wie nett. Danke, Spiel, dass ich direkt hier wieder weiter starten darf. Das habe ich nicht erwartet. Oh, das kriege ich nicht, oder? Doch. Muntermacher. Muntermacher sind sehr geil. Wenn du Peach gerade nicht hast, zum Beispiel. Oh, das ist immer so verdammt knapp. Okay. 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 Go. Okay, Feuerbombe. Ich muss die Items mal besser einsetzen, die ganzen Angriffs-Items. Die benutze ich nie. Das ist vielleicht ein Fehler meinerseits, aber wir sind fast durch. Müssen wir noch irgendwie an die Kiste da vorne rankommen. Okay. Alter! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Es ist durch. Es ist vorbei. Schmalzimbeln. Was? Ich glaube, es hat sich nicht gelohnt. Ich glaube, es hat sich auch eine zweite, die man nicht machen muss, oder? Nee, das hat sich auch nicht gelohnt. Oh, Mann. Die fünf. Machen wir die fünf. Zehn Versuche auf sowas. Du brauchst die fünf, wo ich langen kann. Okay. Hier kann ich langen. Da war noch ein Block. Zurück, 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 zurück. Okay, man kann es ein bisschen sehen manchmal. Pass auf. Okay. Das ist ganz interessant. Wie bitte was? Ist das deren Ernst jetzt? Okay. Wenn ich stehe, bewegen die sich. Wenn ich springe, bewegen die sich nicht. Sehr, sehr gut zu wissen. Warum? Hä? Auf neun Versuche. Das geht ja noch. Da ist noch was. Hab ich echt jetzt gesehen. Rot Essence. Ist das okay? Ist das okay? Ich will meine Kamera drehen, unbedingt, damit ich sehen kann, wo noch was ist. Ach, komm schon. Oh, geil. 94. Es gibt doch bestimmt noch eine Blume irgendwo. Hier? Bestimmt nicht. Feuer, ach komm. Ähnlich jetzt. Das war grad unnötig. Vor allem fand ich auch ständig Geld, ne? So, 6 Versuche oder so, hab ich grad gesehen. Was ist jetzt hier das Problem? Ach, wir spielen Donkey Kong. Okay. Wow. Ist es halt wirklich da gegangen? Alter, joo. Komm schon, Kumpel. Das war unnötig. Wow. und vorbei super klatscher halten das hat sich gelohnt das ist für peach der super klatscher auch prinzessinnen teilen hart aus oh yeah und nein das beim letzten mal die schallzimbeln die was man jetzt mal von vorhin glaube ich die haben sich doch gelohnt habe ich gerade gemerkt sorgen buchstäblich für krawall das heißt für bowser mallow und peter mit geiler angriffe bekommen gino und mario fehlen aber jetzt noch ich weiß nicht ob sie in anderen toren gibt ich hoffe ich darf jetzt noch weitere machen weil wir haben ja schon vier von sechs gemacht und nein scheinbar muss ich die eins und die sechs nachholen ja dann ist es halt so ich hoffe das ist jetzt nicht schlimm für euch machen auf jeden fall hier weiter let's go der hase das sind zwei toren aber es nicht 1 und 6 hier steckst du also dieses schmiedris festung unbefugten ist er zutritt untersagt endlich können wir mal gegen die die lausigen typen kämpfen wegen dir müssen wir die ganze blöde kämpfe machen ist das bewusst oh man sternstampfer drückt beim weder geht der kontakt immer ah ok bam 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 du kriegst so was vonbeautенное Ich mag diesen Riesenstern, der sieht so auch voll cool aus 13 Mal Was, Explosion? Boah, wie viel Damage das macht Okay Wir brauchen Ahornsirup, aber das machen wir gleich Bam, bam Na, was ist denn ein Drill jetzt beim Bowser? Cool Okay, wir haben Maximum mal Ahornsirup, benutzen wir es auch mal Okay Ach, er hat jetzt die Trommeln, geil Yoshi, wo zum Nein Oh, was Jitsu Klon Das ist aber nicht Shitsu Sondern ein Klon von ihm Was macht der denn hier Ah, verdammt, nein Er macht sehr viel Damage Das macht der Mellow, heile mich mal bitte Oder zumindest Mario Dankeschön Ach, komm schon Oh, was? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Maximum Pilz Hier Goldener Pilz Naholka, kannst du damit sehr viel rumfahren Und hier Oh Gott, ich hab das Teil wieder für mich raus Und hier kannst du damit Dich komplett voll heilen Oh 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 Alter Der hat der Oh mein Gott Gino Rechte dich Bam Der Klon ist weg Aua Der Blitz kann aus dem nichts Okay Angriff Bam 230 Schön Zack Zack 220 Und nochmal 210 Dass der noch lebt Warte mal Wieso Wieso kommt da immer noch einer Irgendwas stimmt hier nicht Irgendwas stimmt hier nicht Ich belebe mal Mellow wieder Psychobombe Reizt mich lieber nicht, denn sonst Bumm Machen wir gleich Bieter war jetzt aber auch alle Angriffe Bei Bowser aber nicht Bei Gino, ich glaube ich War bei Gino auch noch nicht, oder? Oh, Mist Ich kann nicht angreifen, Mann Okay Machen wir die Sternenschnuppe Das ist einer meiner Lieblingsattacken jetzt Bam 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 Warum auch immer das Über ihm steht Bis wie lange geht denn das? Ist das wirklich eine Runde endlich? Cool Und jetzt Nein Verdammt Ich hab's einfach nicht drauf So, Psychobombe Krank Aber geil So Du riechst noch mehr aufs Maul Dass der immer noch lebt Und dass er so viel Schaden macht Noch schlimmer Aber ja, jetzt ist er weg Jetzt haben wir ihn vernichtet Endlich Huh Das war wohl einer der Elite-Quermecs Oh Es ist Carmec gewesen Cooper Cadabra Oder zumindest einer von Bowsers krassen Schergen Nicht Carmec selber, aber Schon in so einer Position Wo man gegen Carmec antreten könnte Hoch Wo bin ich? Bowser Eure Gottigkeit Schön, euch zu sehen Wie geht's? Ich habe es irgendwie herrn zurückgeschafft Doch irgendwas muss mich hypnotisiert haben Ich kann mich an gar nichts erinnern Warum habe ich vorhin rot getragen? Sogar war auch nicht meine Farbe Habe ich etwas Falsch gemacht? Ach nein, hast du nicht Und schwamm drüber Und überhaupt bin ich heilfroh Endlich an den Schergen zu treffen Der mir noch treu ist Ich bin ebenso der Freudmeister Wobei ihr in der Zwischenzeit Tüchtige Schergen gefunden zu haben scheint Doch meine Magie hilft euch in jedem Fall weiter Egal wie stark eure neuen Mitschreiter sind Schaut her Mini-Money-Münzensägen Danke Diese magischen Schatztruhe Gehen niemals die Münzen aus Stoßt also kräftig dagegen So wie ihr wollt What? Ich werde hier sein, falls ihr mich braucht Kommt zu mir, falls ihr frische KP oder eine Magieauffällung benötigt Oh Danke, Kumpel Yeah Sehr, sehr nett von dir Und ich habe gehört Hier gibt es unendlich Münzen Wenn man sich hier zurück teleportieren kann Immer wieder Dann lohnt sich das Definitiv So, ich muss kurz ein bisschen was nachholen Weil wir haben ja so viel Die ganzen Maler, als wir in die Lava geflogen sind Haben wir so viele Münzen verloren Man kriegt irgendwie immer zehn Münzen oder so Und Ja, reicht das mal Kommen wir später vorbei Links und rechts sind zwei Türen Was sollst du denn hier? Junge, ihr seid ja immer noch hier Wollt ihr ein paar lindsichere Items? Dann will ich mal nicht so sein Ich sag's ja Ohne mich würdet ihr gestalten Ganz schön alt aussehen Ja Aber ich bin ein vielbeschädter Kroko Also werden wir uns ab jetzt nicht mehr treffen Weiter diese Fässerung treiben mich ja noch Keine zehn Bellums Kauf lieber jetzt, was ihr so braucht Okay, ich schätze, dann hast du recht Oh, Heldenlatzhose Eine wahrhaft legendäre Latzhose Für hundert, aber das lohnt sich Prinzenhose Eine echt legendäre Hose Wow Sternencape Ein wahrhaft legendäres Cape Protzpanzer Ein wahrhaft legendäres Panzer Und Royalkleid Ein wahrhaft legendäres Kleid Wow Also das sind Scheinbar die der besten Outfits Hier im Game Zumindest Fürs Base Game Sag ich mal Und ich denke, das reicht so Also wir können direkt mal verkaufen Äh, ja, verkaufen Unsere alten Sachen Bam 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 Tut doch ein bisschen weh Aber ist schon in Ordnung So, die Feuersachen Die sind outdated Jetzt schon wieder So, was haben wir hier noch Ja, lass mal Danke, Kumpel Dankeschön Okay, das heißt Wir haben jetzt geile Ausrüstung Für alle Characters Na gut, bis auf Gino hat Alarmring Das ist mein Problem Aber Es gibt tatsächlich noch ein bisschen was zu sammeln Für ihr Glück, meine Freunde Ich bin ja weg dann, ne Alles klar Dieser Idiot Wenn der wüsste, dass hier so ein Münzblock wäre Würde er nicht abhauen Oh Mann Was haben wir hier Oh Hier geht's weiter Oh, ja Oh Gott Okay Hi Kommt da noch mehr von euch Oh Gott, was habt ihr für Kugelwillis Aber wir müssen wirklich kämpfen Maxi-Kanone War daneben Mist Am Bam Und der Peach-Fächer Ah nee, der macht jetzt die Klatsche wieder Oh Schade Ich mach den Fächer eigentlich mehr Aber ich will natürlich immer da Was nehmen, was am stärksten ist Ist klar Aber den Fächer mochte ich auf jeden Fall mehr Bam Und bei Mario mochte ich den Cooper-Panzer am meisten Ja, ich hab das Timing noch nicht raus mit der Klatsche Wow Hey, lass meine Prinze aus in Ruhe Bam, bam Und zack, zack Nee, keine Ahnung Ich hab's nicht raus Ich hab's gar nicht raus hier mit denen Warum sterben die nicht? Mello? Warum sterben die nicht? Kannst du es mir sagen? Bitte, sag es mir Elektro-Gip Eins muss man mir lassen Ich halte Ich halte hier schön alles in Schuss Oha Ist er vielleicht so Aber es hilft dir trotzdem nicht Bam, 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 bam Wow Nein Forkulos Ist ganz verrückt Äh, nein, danke Muss nicht sein Das hab ich jetzt auch nur gesagt Weil da ein starker Gegner mit dabei war Auf den hatte ich jetzt keine Lust Wir sind da Hier Hatten wir Peach eins gerettet Guhahaha Bowser, warst du's? Nein Das war nicht Bowser So, so Du musst der berechtigte Mario sein Keine schlechte Leistung ist bis hierher zu schaffen Ich hätte es dir nie zugetraut Wer bist du? Was hast du mit den Scheißen hier gemacht? Wo sind die Ketten nun denn? Oh, was für ein lebhaftes Kerlchen du doch bist Doch hier ist für dich Schluss Nun bekommst du es mit mir zu tun Wow Oh, wie cool das aussieht War aber ne Cupziehen Shogurai Wow Meisterstrich What? One shot Der zückt einmal Sein Schwert Und zack sind wir tot Was zur Helle? Oh, wow Das Spiel hat gelegt Ernsthaft Ich muss ihn gleich nochmal analysieren Ganz toll gemacht Spiel Danke Oh, man Wiederkehr Mario Komm zurück Oh, die leckt das Spiel Aus irgendeinem Grund Ich weiß nicht, ob ihr es merkt Aber ich merke es Na gut Was soll ich machen? Angriff Na, nicht so viel leider Boah Das macht One shot Ach komm schon Ernsthaft? Okay Wir analysieren die erstmal nochmal richtig Okay Keine Anfälligkeiten Es gibt nichts mehr zu sagen Es gibt nichts mehr zu sagen Ich hoffe, die 5 runtermache reicht für das Spiel Also Das Ende hier Psychobombe Komm, der Scheike kann doch runterfallen Sehr schön Damage gemacht Was macht er jetzt? Er bufft sich? Er ist blau geworden Also Wortwürdig Also Geno Die Geno Nova Sämtliche Gegner Treffen all deine Gegner Machen wir nur so Macht auch sehr viel Damage Nice Und nochmal? Ne, lass mal mal Bowser kämpfen Nochmal Bam Mach nicht so viel Damage Bowser ist nicht so gut gegen den Okay Versuch mal den Supersprung Oh Gott Mit Leck Supersprung mit Leck Oh Mann Ne, lohnt sich nicht Lohnt sich überhaupt nicht Die Psychobombe lohnt sich sowas von Dafür kostet sie aber auch leider sehr, sehr viel Bam Ah, es geht so Oh Nur einen Damage Shit Das machen wir einfach nur so an Hm, das lohnt sich schon mehr Mario Oh ja, wenn man richtig trifft auch Von Peach Ja, ein bisschen besser, aber Ich hab's noch nicht drauf Wow Hier, interessanter Tag, die du da hast, Kumpel Doch sie werden nicht ausreichen Um gegen Bowser's Schergen anzukommen So heißt er anscheinend Unser Team hier Hat draußen so entschieden Oh, jetzt ist er wieder rot geworden Was hat das zu bedeuten? Heißt das Äh, offensiv und defensiv Oder was soll das heißen? Ja, doch Rot ist jetzt defensiver Bei blau hat er mehr Damage gemacht Okay, jetzt ist er defensiv Bei blau ist er offensiv Ich hätte das eigentlich andersrum gemacht Mit den Farben her, aber Was soll's? Na gut Ah, machen wir mal Mit dem Panzerkracher So, trotzdem fährt's in der Wüste Okay Ja, egal Die Kassen sind ja trotzdem super cool Ah, man muss das früher drücken Den letzten Schlag Aua Aua Down Unmöglich Die wollen mich besiegen Das werde ich nicht zulassen Ich werde triumphieren Wie traurig Ein Hustenanfall Ich brauche dein Mitleid nicht Ich bin ein Krieger Ich bin Bereit Kettenknült Ab mit dem Kronleuchter Auf nimmerwiedersehen Schokorai Armer Meister Schokorai Doch keine Sorge In diesem Fall Du übersteht ja locker Hoffen wir es doch Also dann Mario Ich werde euch ganz nach oben bringen Danke Beeinigung Beeinigung Alle festhalten Klar Ist das eigentlich Zufall Dass jetzt gerade Baus und Piech hier sind Und Abfahrt Oder ist es gewollt Wer wird tanzen Die drei der besten Tänze Die drei der besten Tänze hier Wir werden es geschafft Nein, dann kann Musik ins Spiel Und schneller Schmiedrich hat es mit uns zu tun Er wird sich überleben Wir hauen ihn kaputt Die Musik wird schenke Denn wir sind was da Wieso ist Baus aus Schloss auf einmal so Hoß Wechselheit Chefetate Ja, ich werde mich beschweren Ich bin jetzt die Kurse festschneiden Und äh Achso, stimmt ja Wir haben ja gar keine Kurse Äh Ja Wovor halten wir uns fest Was ist passiert Das gehört alles zum Kampf Wow Wow Es geht jetzt auch sofort los